Moin Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Pixelschieb. Man kann klar erkennen, es ist 2020 und ich habe mittlerweile einen kompletten Rauschebad entwickelt. Und in diesem Video geht es darum, wie ihr mich kostenfrei unterstützen könnt, während ihr eure letzten Weihnachtsgeschenke für dieses Jahr kauft. Und wenn ihr euch eben denkt, ja man, deine Videos sind gar nicht so schlecht, dann bleibt auf jeden Fall dran, ich zeige euch eben, wie ihr mich dabei kostenfrei unterstützen könnt. Das kostet für euch natürlich nicht mehr, aber ich bekomme immer einen kleinen Prozentsatz davon ab, was ihr eben für die Weihnachtsgeschenke ausgebt. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, bleibt auf jeden Fall dran. Und an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank an jeden unter euch, der das macht. Es ist wie gesagt sehr leicht und jetzt geht's los. Ich wünsche euch wie immer natürlich viel Spaß. So, und da sind wir auch schon am Computer. Und was müsst ihr dann machen? Relativ einfach, als erstes öffnet ihr den Browser eures Vertrauens. In meinem Fall hier Google Chrome und dann geht ihr wie so oft eben auf YouTube und versucht dann auf meine Kanalseite zu kommen. Wenn euer Computer nicht ganz so langsam ist, wie meiner das hier gerade ist, dann sollte das auch relativ zügig gehen. Und wenn wir dann auf meiner Kanalseite angekommen sind, dann sehen wir eben, dass ich hier oben rechts auch schon einige Links habe, die ich hier eben in diesem kleinen Kästchen habe. Und der erste heißt so schön, helft mir und ist mein Amazon Affiliate Link. Was es genau heißt, klären wir gleich und den Link sehen wir hier oben. Das ist quasi ein Link, mit dem Amazon weiß, dass ihr gerade von meinem Link aus auf Amazon zugreift. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann müsst ihr dieses Ding als Lesezeichen konfigurieren. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr hier einmal diese Stern-Icon anklickt und dann eben einfach als Name zum Beispiel Amazon eingebt. Und dann ist das Ganze schon fertig. Und wann immer ihr dann auf Amazon was einkaufen wollt, dann klickt ihr einfach auf euer Lesezeichen und landet dann auf der Amazon Homepage, aber eben über meinen Affiliate Link. Das bedeutet eben, dass ich für alles, was ihr dann einkauft, nachdem ihr auf diesen Link geklickt habt, eine kleine Provision bekomme, meistens so zwischen 2 bis 7 Prozent. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Weihnachtsgeschenk kauft und ihr öffnet einen neuen Tab, geht dann über meinen Link hier über euer Lesezeichen bzw. meinen Link auf Amazon und kauft dann was für 10 Euro, kriege ich davon zum Beispiel 3 Prozent ab. Das wären dann 30 Cent und ihr habt meinen Kanal direkt unterstützt, was eben extrem cool wäre, um eben auch noch ein bisschen Geld mit meinem YouTube-Kanal zu verdienen. Das heißt, wenn ihr denkt, hey, deine Videos sind gar nicht mal so schlecht, wäre es extrem cool, wenn ihr das einrichten könntet, weil ihr mir eben so kostenlos helfen könnt. Und Amazon überweist mir dann, sobald ich die Auszahlungssumme von 25 Euro erreicht habe, eben alle paar Monate diese Summe, die ich eben verdient habe, über Provision. Das heißt, wenn ihr dieses Jahr vorhabt, was auf Amazon zu kaufen, dann wäre es extrem nett, wenn ihr das eben so machen könntet und ihr würdet mir damit wirklich viel weiterhelfen. Ansonsten kann ich nur sagen, wenn ihr euch noch für andere Videos und Technikthemen interessiert, lasst gerne ein Abo da, schreibt mir gerne noch in die Kommentare, was ihr noch für Videos sehen wollt. Bald geht es auf diesem Kanal wieder richtig regelmäßig weiter, das ist versprochen. Und ich wünsche euch bis dahin eine schöne Adventszeit. Bleibt sicher, tragt eine Maske, haltet Abstand und bis dahin bleibt auf jeden Fall gesund. Macht es gut, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.